Ja, natürlich! Wieso krieg ich kein Auto? Geht ihr auch irgendwann mal drauf, Leute? Eieieie! Drauf gehen! Los jetzt! Das kann aber nicht wahr sein! Los! Mann, oh Mann! Kommt einer von hinten angerannt! Wer ist da hinten? Der hat mich gar nicht gesehen! Seltsam! Guck mal, wen ich da sehe! So! Okay! Immer schnell! Oh Mann! Geh drauf! Oh, ich noch nicht! Oh Mann, oh Meta! Seid ihr jetzt endlich drauf gegangen? Geh drauf! Ich bin noch am Leben, Leute! Geh drauf! So! Wie hast du bekommen? Ah! Okay! Den Großteil hätte ich ausgeschaltet! Oh nein! Nein! Noch Raketenwerfer kommen hier an! Das kann doch nie wahr sein! Ich hätt's geschafft, oder? Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Wo wollen wir hin? Nicht sorgen! Internechte Kurve ist Nationalbrücke Poliolova! Ich sie benannt habe nach meiner Mutter! Eine Brücke? Eine Brücke wohin? Oh! Nach Russland! Nach Russland? Wir wollen nicht nach Russland! Tut mir leid zu sagen, aber keine andere Möglichkeit! Es sei denn, wir wollen bleiben in nähe von meiner einzutreuen Drucke! Ach ja! Scheiße! Da kommen sie schon! Haggett, bist du fertig? Was hat er denn getan? Okay Jungs, tank den Vogel ab! Zurück in die Luft! Ja! Ich mach's schon, Sarge! Wir sind im Handumdrehen wieder weg! Ich geh ans Geschütz! Perfekt! Niemand weiß! Wie man einen Hubschrauber betankt! Oh nein! Wir wollen nicht nach Russland! 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 Scheiße! Da kommen sie schon! Herrgett, bist du fertig? Oh nein! Ich glaub ich hab's Jungs! Perfekt, dass niemand weiß wie man einen Hubschrauber betankt! Die bestausgebildete... Die bestausgebildete Armeetruppe der Welt hier! Glaubst du wirklich, du bist in der Position zu meckern? Oh Mann! Das sind grad schon viele Feinde! Ich komm immer näher! Komm schon! Mann. Da ist ein Roy, Mann. Uuh. Scheiße. Ehh. Kommt noch mehr? Wo ist denn wo jemand? Da. Ja. Ja. Ich habe versucht, das mit modernsten Waffen und Ausrüstungen auszugleichen, wie Sie sehen können. Oh, Scheiße, da kommen feindliche... Aaaaah. Du solltest jetzt aufzuhören, darum zu fummeln. Aber Sarge, ich hatte noch keine Zeit liegen. Wie egal, vorwärts. Los jetzt. Es wird nicht funktioniert. Es ist nicht meine Schiff. Scheiße, es funktioniert. Es funktioniert. Okay. Zurück zum Helikopter. Gerne doch. Verflucht normal. Geht rein. Geht rein. Geht rein, verflucht nochmal. Und hau ab. Oh. Das da ist Grenze. Wir jetzt verlassen wunderbare Sodares. Und hier steigen sie auch aus. Für Exil eine ganz furchtbare Ort. Ich werde noch weitere Transport brauchen. Wo wir hinwollen, kannst du nicht mitkommen. Ja? Und wo genau wollen wir eigentlich hin? Na, überleg mal, Sweetwater. Ich weiß. Das Gold. Du redest bestimmt vom Gold. Aber wir wissen noch gar nicht, wo sie es haben. Bei den vielen Söldnern hier werde ich, dass wir es finden. Sie meinen wohl Gold von verräterischen Legionären. Oh ja. Du weißt, wo es ist? Aber ja, natürlich. Und ich sicher bin, dass wir werden uns eigentlich ganz bestimmen. Oh ja. Ja. Hörst du Sweet's? Klar. Aber zuerst will ich mit dem schwarzen Helikopter einigen, der hinter uns herkommt. Was? Scheiße. Marlo! Weich ihm aus! Herr Titan! Okay, jetzt sind wir wohl abgeschossen worden. Vom Helikopter. Ein paar Bilder. Ja, schön. Oh ja. Der verrückte Diktator weist uns den Weg zum Gold. Was kann da schief gehen? So. Ein paar Bilder. Hier. Piepsen im Ohr. Du hast wohl Tinnitus bekommen. Es muss doch bessere Wege geben, meine Karriere zu starten. Aber ihr wisst bestimmt, wie es ist, wenn man abstürzt. Es tut wirklich, wirklich Sau weh. Mike One Juliet. Hier ist Bravo One Charlie. Over. Mike One Juliet. Hier ist Bravo One Charlie. Alle sind weg. Wurden wohl gefangen genommen. Was soll ich tun? Na bitte Anweisung. Over. Hört mich jemand? Bravo One Charlie. Hier ist Mike One Juliet. Over. Na endlich. Könnt ihr mir helfen? Over. Offiziell bestreiten wir jedes Wissen über ihren Abstecher nach Sardaristan. Und was das Oberkommando angeht, nennen sie entweder fahnenflüchtig oder tot. Aber ich lasse meine Jungs nicht im Stich. Over. Wissen Sie, wie froh ich bin, das zu hören? Können Sie orten, wo ich hier bin? Over. Sieht aus, als wären Sie in Russland. Over. Ich glaube, mein Squad wurde gefangen genommen. Können Sie mir Hilfe hier schicken? Over. Negativ. Das hier ist völlig inoffiziell. Hören Sie, ich sehe Sie auf dem Radar. Und ich versuche Ihnen zu helfen. Aber Sie dürfen es nicht mehr anfunken. Verstanden? Over. Ja, verstanden. Over. Ich empfange Funksignale aus einem Dorf in Ihrer Nähe. Wohl militärisches Sperrgebiet. Ich glaube, Sie sollten dort nach Ihren Jungs suchen. Out. Danke, Mr. Lai. So, wir müssen uns durchschleichen. Und uns eine bessere Waffe holen. Mit unserer kleinen Pistole kommen wir nämlich nicht sehr viel weiter. Kann ich vielleicht... Ganz... Gehe... Geheil... Ist hier noch jemand? Gehen Sie bitte nicht? Abs—— Ok, scheint in ihm anders zu sein. Teuf collectively die Waffe haben immer mit der Knaue von dem daff... Was? Was ist die Munition? Ist. Okay. Ich hab wirklich sehr wenig Munition. 39 Schuss insgesamt. Muss wirklich sparsam jetzt sein. 35 Schuss. Oh scheiße. Los. Da ist noch ein Kerl mit einer Bazooka. Eine Panzerfaust. Ein paar Schuss mehr. Okay. Ich hab drei. Und... Wo ist der Typ? Der mich grad mit einer Bazooka... ...einer halbisch hätte. Ist das ein... Ist das nur in einer? Ja. Gut, dass die One Army der Bad Company hier so gut ist. Hallo. So. Und das löst natürlich... Boom. Das war knapp. Nachladen. Zähne. Schluss noch auf Reserve. Wir wollen das mal erziehen. Ins Haus. Los ins. Das Haus. Wow. Scheiße. Wo ist der Kerl? Mist. Ich muss... Was? Meine Verteidigung fällt hier langsam auseinander. Da schießt noch einer. Da ist noch einer. Okay. Da lebt er doch noch. Ist er immer noch? Nein, scheint nicht so zu sein. Okay. Wir haben sogar zwei. Wer hätte das denn gedacht? Es waren zwei Typen hier. Okay. Da ist noch einer. Oder mehrere, die mich noch nicht entdeckt. Was? Scheiße. Okay. Mann. Da. Dieser. Granat. Körper. Sonst. Irgendwas ging mir tierisch auf die Nerven. Da ist eine Munitionskiste. Müsste wir zu der da kommen. So. Schaffen. Nachladen. Okay. Wohin muss ich nochmal? Versuch den Kommandoposten. Okay. Okay. Na gut. Na gut. Es ist ziemlich hart hier die One-Arm zu spielen. Aber wo man durch muss, muss man eben durch. Das ist ein bisschen. So. 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 Wenn? Da geht Frau damit.